Der Report der Magd ist ein dystopischer Roman von Margaret A. Wood, der 1985 veröffentlicht wurde. Das Buch spielt in einer zukünftigen Gesellschaft namens Gilead, die von einer strengen religiösen Ordnung regiert wird. Die Geschichte wird aus der Perspektive einer Frau namens Desfait erzählt, die als Magd in Gilead dient. Die Magd ist eine Klasse von Frauen, die für die Fortpflanzungszwecke der höhergestellten Männer zur Verfügung gestellt werden. In Gilead herrscht ein totalitäres Regime, das die individuellen Rechte und Freiheiten der Mägde und anderer bürgerlichen Frauen stark einschränkt. Sie haben keine eigenen Namen, sondern werden nach dem Mann benannt, dem sie gehören. Sie haben auch kein Recht auf Bildung oder Beruf und werden auf ihre Gebärfähigkeit oder Haushaltsdienste reduziert. Desfait erzählt von ihrem Leben mit dem Kommandanten Fred und seiner Frau. Sie berichtet von den Zeremonien, bei denen sie mit dem Kommandanten Geschlechtsverkehr haben muss, während seine Frau anwesend ist. Desfait freundet sich heimlich mit der Haushälterin an, die ihr Vertrauen gewinnt und eine Rebellion gegen das Regime plant. Durch Rückblenden erfährt der Leser von Desfaits Vergangenheit ihrem früheren Leben mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter. Die Erinnerungen an ihre Freiheit und das verlorene Glück dienen als ständige Quelle der Sehnsucht. Am Ende des Romans wird Desfait von den Behörden abgeholt. Aber ihr Schicksal bleibt unklar. Das Buch schließt mit einem transkribierten Bericht, der Jahrzehnte später gefunden wird und darauf hinweist, dass Desfaits Aufzeichnungen erhalten geblieben sind und Teil einer Widerstandsbewegung wurden. Der Report der Markt ist eine düstere und beklemmende Geschichte, die die Unterdrückung der Frauen die Kontrolle über die Fortpflanzung und die Gefahren einer extremistischen religiösen Herrschaft thematisiert. Das Buch regt zum Nachdenken über Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Freiheit und den Wert der individuellen Autonomie an.